So, wir sind wieder zurück und wir hatten uns ja beim letzten Video entschieden, oder ich habe entschieden, dass wir in The Next Car investieren und das machen wir auch. Und damit sind wir jetzt schon mal zumindest auf Normal. Wir konnten hier übrigens, wo war das nochmal? Wo konnte ich die Entwicklung? Hier bei der Bank, genau. Wir sind jetzt auf Normal und wir sollten versuchen mindestens, ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervig, wir sollten zumindest ein bisschen versuchen, auf Hike zu kommen, also nicht ein bisschen versuchen, wir sollten versuchen, auf mindestens Hike zu kommen. Dass das reinspringt mit nervig, meine ich, ist einfach nur, im Normalfall, im normalen Spieleverlauf drückt man da natürlich nicht drauf. Das ist einfach nur der Let's Play geschuldet, dass man hier quasi diesen Punkt sieht, wo der Finger ist. So, wir sind jetzt im 16. Rennen von 21, das ist Malaysia. Und wie wir sehen, hier, leichtes zu überholen, viele Geraden und wir schauen uns jetzt mal an, was uns erwartet. Pulse Win Points. Okay. Die Loyalität ist auf 7 noch nicht so extrem hoch. So, dann starten wir mal das Qualifying und wir gucken, wir werden nicht optimal abschneiden, das ist mir bewusst. Da wir nicht ein Auto haben, was gut auf Geraden ist, wir werden in gutem hinteren Mittelfeld sein, vielleicht so Platz 18, 17, vielleicht irgendwie sowas. Ja, sogar auf 16, das ist okay, Platz 16 ist okay und ja, Pitstops brauchen wir gar nicht rumspielen, das können wir so lassen, weil wir sind noch nicht in der Lage, bessere Strategien zu machen. Hier überholen wir, hier verlieren wir, sensationell, super Sache wieder von Miller, der hinter Ericsson festhängt. Ja, während wir Plätze gewinnen, verliert unser Kollege und wir verlieren jetzt auch, weil Palmer drängelt sich dazwischen, wir wurden ein bisschen von Science aufgehalten. Das wirkt sich dann ja doch schon aus und wir kommen hier ein Runde R rein und jetzt können wir nicht mehr mithalten. Jetzt haben wir Schwung verloren oder wir sind einfach zu langsam, das kann man natürlich sehen, wie man will. Hier sieht man uns in diesem Pulk noch. Es wäre natürlich schon schön, wenn wir da vorbeikommen. Palmer hält tendenziell gerade R auf und wir sind auf Platz 17. Und Platz 14 ist vor uns und wenn wir Ende des Rennens Platz 14 sind, ist das für mich okay. Das Wetter ist wolkig, etwas chlody ist es draußen und Perez hält auch auf, aber an den kommen wir jetzt eventuell vorbei. Wir müssen mal gucken, Boxenstopp war Runde 13. Also wir fahren schon extra ein bisschen eher rein, sind jetzt wieder auf Platz 16. Und der liebe Herr Miller kämpft mit Wehrlein, das ist ja unglaublich, also sorry, den Miller kannst du vergessen. Und jetzt können wir hier nur versuchen, über Strategie eventuell was zu machen. Denn Platz 10 ist, ja, Magnussen hat sich gedreht. Es steht kark da, aber das ist Magnussen. Ich habe mich da scheinbar vertippt in Editor. Ich kann das während der Saison nicht ändern. Also wir haben hier schon beträchtlichen Rückstand, das sehen wir hier. Dann werden wir hier sehen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Wir werden in der nächsten Runde in der Box kommen. Und eventuell ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Wir fahren jetzt in die Box, wie manch anderer. Ne, wir fahren nicht in die Box. Ach, Runde 13. Und Runde 14. Okay. Auch das ist okay. So, wir sind hinter Teamkollegen. Unglaublich, unglaublich. Also das ist, das grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Wir sind auf 21 und 22. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden auch schnell wieder hochkommen. Die fahren jetzt natürlich alle in die Box. Und wir werden den einen oder anderen Platz da sicherlich noch gut machen können. Und wir haben vor uns auch welche, die noch nicht in der Box waren. Die sollten wir auch recht schnell überholen können eigentlich. Ne. Jetzt werden wir aufgehalten. Jetzt werden wir von Alonso aufgehalten. Das ist schon mies, was Alonso macht. Das muss man schon sagen. Und auch Perez haben wir vor uns. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die fahren jetzt in die Box. Und jetzt haben wir frei Fahrt. Wenn Alonso es nicht aufhalten würde. Das ist ja mit Alonso. Der lässt hier, das gibt es ja gar nicht. Der lässt da wirklich Palma durch. Und es fängt an zu regnen. Also das ist ja schon richtig mies, was Alonso gemacht hat. Hier mitten im Verkehr im Übrigen. Da ist jetzt Alonso und Button. Ja, da muss man natürlich mal gucken, ob man nicht, wir versuchen hier länger zu fahren, weil wir die Weichen dann haben. Wir verlieren gerade auch mal marklos in dem Platz. Wir müssen mal gucken. Runde 30. Ob das nicht ein bisschen spät ist. Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Eventuell switchen wir nochmal um. Nee, das ist zu spät. Vergiss es. So machen wir es. Runde 28. Und ich glaube, das ist schon spät. Wir werden eh überrundet. Also von daher gehen wir sogar Runde 27 rein. Wir müssen ja eh eine Runde weniger fahren. Und Nasser überholt uns jetzt. Der hat zwei Runden nach uns gestoppt. Hat natürlich bessere Reifen. Das muss man uns klar sagen. Was ein bisschen schade an diesem Spiel ist, ist, dass man hier diese Abstände zum Vordermann nicht eingeblendet bekommt. Das wäre cool. Weil man dann ein bisschen strategischer vielleicht rangehen könnte. Jetzt ist Storm. Das ist sein Wetter eigentlich. Hier steht Storm. Sturm. Das ist eigentlich sein Wetter. Und darum kommt er auch am Wehrlein vorbei. Das ist ja unglaublich. So, wir hängen hier jetzt im Verkehr fest. Das war mir bewusst. Mann, Alter. Dräng ihn doch ab. Das ist ja unglaublich. Der hält mich ja auf wie sonst was. Also das ist ein Scheiß mit Alonso. Also das muss man schon sagen. Das ist ein bisschen nervig manchmal, wie man da in Verkehr zeigt. Warum fährt der nicht dahinter? Nein, da fährt der natürlich da rein. Ach, das ist zum Mäusemelken. Das ist echt zum Mäusemelken. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler einfach. Wenn man intelligente und gute Fahrer hat. Sorry. Jetzt ist es nur noch Chloe. Also das Wetter ist nicht mehr so. Genau. Fahr ihn einfach mal rein. Ach, es ist... Ich reg mich nicht auf. Nein, nein. Ich reg mich nicht auf. Es bringt ja sowieso nichts. So, wir kommen jetzt erst mal an die McLaren vorbei. Aber das macht mich nicht glücklich. Und Rosberg ist auf 2. Der könnte sich da wieder ein bisschen den Sattel sichern. Alter, was macht der da für Zickzack? Zickzack fahren ist verboten. Meine Güte. Der geht mir aber auch auf den Wecker. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind auf Platz 15. Jetzt haben wir aber auch einen Riesenrückstand. Wenn man das sieht. Hier ist der Nächste. Hier und hier sind wir. Also das kann man vergessen. Platz 15 ist es. Ich bedanke mich bei Fernando, Alonso und James and Button. Größten Dank für dieses tolle Manöver, mich aufzuhalten. Diese tolle Taktik, die dieses Team hat. Und ja, damit müssen wir jetzt leben. Wie gesagt, mehr als Platz 15 wird unter normalen Umständen nicht drin sein. Wenn jetzt Safetyker kommt, dann wird bestenfalls Platz 15 eh nur drin sein, weil wir überrundet sind. Und Nasr zum Beispiel nicht. Ja. Damit ist das Rennen fast gelaufen. Heimlich, still und leise ist Miller dann doch jetzt mittlerweile guter 18. geworden. Das muss man ja sagen. Also der hat so ein bisschen profitiert davon. Obwohl ich sehe, Alonso kommt schon. Und da ist ja wirklich die Frage. Hart oder weich? Wir bleiben bei hart. Wir bleiben bei hart. Mit weich gab es doch viele Probleme. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir gelandet sind hinter Alonso wieder mal. Also wir haben gut Plätze verloren. Und Alonso fährt hier auch einfach vorbei. Also es ist alles ein bisschen suboptimal. Also Alonso wird uns hier sicherlich auch nicht unendlich lang aufhalten können. Wir sind einfach zu gut dafür. Und wir geben jetzt hier auch mal ein bisschen Gummi. Er soll hier vorbeizischen. Wir möchten den 15. Fahrer sind. Ja, jetzt sieht man alles andere hier. Wunderbar. Das ist, wenn man rumspielt mit dem Handy. Ja, also da muss man mal gucken. Das ist ergebnismäßig Platz 15 ist okay. Ist jetzt nicht so mega toll überragend. Aber auch nicht schlecht. Und Platz 21, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, es ist halt wie es ist. Wenn wir hier den Abstand sehen, wird da auch nichts mehr gehen. Wir können ihn hier voll attackieren lassen, den Miller. Einfach nur in der Hoffnung, dass da überhaupt noch was geht. Alonso hat hier auch schon, wenn wir das sehen, einen riesen Rückstand. Ein Viertel der Geraden schon. Und ja, wir haben mehr als eine Gerade Rückstand auf diesen Kollegen hier. Das ist eine komplette Gerade. Das ist natürlich schlecht. Ja, gut. Mit Platz 15 können wir zufrieden sein. Mit Platz 20, ja, kann man nicht so ganz zufrieden sein. Aber es ist zumindest besser als, ja. Ja, er hat nämlich Jansen Button überholt, der Herr Miller. Und jetzt ist Perez der Nächste und der ist zu weit weg. Perez ist zu weit weg. Das ist das hier, ne, dieses Gespann. Und ich glaube nicht, dass wir an Perez ran, geschweige denn, vorbeikommen. Aber es ist schön zu sehen, dass Miller zumindest, ja, zumindest, äh, wer sind die 19? Massa. Zumindest wirklich, äh, da rankommt. Na, vielleicht jetzt nicht, um den großen Fight machen zu können, fehlt ihm noch ein kleiner Schritt. Aber, äh, er kommt zumindest langsam näher, wenn man überlegt, wo er sonst immer rumdümpelt. Obwohl Platz 20 ist das, wo er rumdümpelt normalerweise. Aber was ich meine, ist der Abstand zu den Vordermännern ist okay. Weiß ich jetzt nicht, wie es im vorigen Rennen war, aber es macht ein bisschen, mir zumindest, Hoffnung. Oh, ist sogar noch, äh, ja, weil, äh, Perez ist retired, dadurch noch einen Platz gewonnen. Es gewinnt Räkön vor Rosberg und Hamilton. Ja, das ist okay. Und, ähm, damit sollte die Meisterschaft schon fast entschieden sein. Wir brauchen jetzt 100 Punkte, das muss man mal überlegen. Und wir kriegen 12. Es geht sich schon gar nicht mehr aus. Aber es gibt am Ende, äh, nochmal Sonderpunkte, eventuell zu vergeben. Da muss man mal gucken. Und hier hat sich nichts getan. Wir sind noch vor Alonso logischerweise. Und auch hier, ja, hat sich, äh, nicht so viel getan. Außer, dass Rosberg sich die Position Nummer 1 ein bisschen festigt. Und Vettel gut aufgeholt hat. Ja, an dieser Stelle beende ich das Video. Diesmal war es ein bisschen knackig kurz. Sonst, ne, sonst, die letzten waren ja doch, äh, zwei Minuten vielleicht länger im Schnitt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es heißt, äh, dass wir den großen Preis von Japan angehen. Und der könnte uns unter Umständen, äh, ein bisschen mehr liegen. Genau, ein bisschen Kurven, da waren wir immer ganz gut. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und, ja, bis dennne. Ciao.